Teil 28 Geschafft! Montag, 20 Uhr Bisher war alles nach Plan gelaufen. Noch nie zuvor hatte er so einen brisanten Auftrag ausgeführt. Von seinem Rechner aus manipulierte er flink die Daten der Überwachungsanlage des Labors. Er löschte seinen kleinen Auftritt mit einem Klick. Für ihn war das kein Problem. Zu seinem Job gehörte es, alles regelmäßig zu kontrollieren. Vor seinem Tauschmanöver, das Wort Diebstahl kam ihm nie in den Sinn, hatte er Baldwins kleine Überwachungskamera außer Betrieb gesetzt. Ihm konnte man nichts vormachen. Er kannte sich im Haus bestens aus. Laut Dienstplan endete seine Schicht um acht. Für den morgigen Tag hatte er mit einem Kollegen getauscht. Er brauchte die Frühschicht. Er wollte im Haus sein, wenn Dr. Rumi die Ware abtransportierte. Instinktiv langte er an seinen Hemdkragen. Besser, er brachte die Kugel pünktlich aus dem Gebäude. Er beendete die Arbeit und schloß sein Büro ab. Er fuhr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Die Wachleute verabschiedeten sich von dem ewig mürrisch dreinblickenden Techniker mit einem knappen C.U. Das letzte Hindernis, die Türschleuse mit Scanner und Detektoren, passierte er problemlos. Eine Welle der Genugtuung durchströmte seinen Körper. Er hatte es geschafft. Die Ware war außerhalb der Gefahrenzone. Drei Verfolger Montag, 21.30 Uhr Das ist ja voll daneben. Der Typ fährt kein Aston Martins, sondern U-Bahn. Und dann wohnt der Kerl auch noch in einem Reihenhaus. Kein Nobelapartment oder so. Ein Stino, wunderte sich Raymond, als der Mann die Haustür aufschloss. Stino? Was ist das? Fragte Chrissy. Shortcut für Stinknormaler. Durch das Fenster beobachteten sie, wie er einen Raum, es musste die Küche sein, betrat und von einer molligen Frau mit einem Kuss begrüßt wurde. Sie setzten sich an den Tisch und aßen. Madison schlenderte zum Eingang und notierte Robert und Betty Dunsmith, Firewall Street 15. Für einen Bond-Film kämen die beiden nicht mal als Statisten in Frage. Viel zu blass, sagte Chrissy und linste auf Madisons Zettel. Die Namen sind auch extrem durchschnittlich, oder? Das hat doch Stil. Dunsmith ist raffiniert. So ein Spießbürgerleben ist die perfekte Tarnung für einen Spion. Madison schob den Zettel in ihre Hosentasche. Und jetzt? Was machen wir? Fragte Chrissy etwas ratlos. Wir erstmal gar nichts. Das müssen die Scromics in die Hand nehmen. Pizza Montag 22.30 Uhr Hallo! Ach, du bist sicher Madison. Willkommen! Ich bin Rose, Chrissis Tante. Raymond, bevor ich es vergesse, ruf Zach zurück. Mach ich gleich, nuschelte Raymond und verzog sich. Chrissy, stell dir vor, ich helf beim Dinner morgen. Ich freu mich so. Charles und Rose Shield kochen bei der Innenministerin. Er weist mich gerade in die Kunst der Tellerdekoration ein. Verlangt fast so viel Fingerspitzengefühl wie die Maske. Rose? Schallte es aus der Küche. Komme! Hektisch wandte sich Rose ab und verschwand. Ist die immer so drauf? Madison verbiss sich ein Lachen. Nicht immer. Ich zeig dir die Wohnung. Und hier haust Raymond. Chrissy schob Madison ins Zimmer. Raymond schaukelte in seinem schwarzen Hängestuhl und quatschte mit Zach. Wow! Das Zimmer war groß. Drei der Wände waren tiefschwarz gestrichen. Zwei davon waren mit Green Day Postern behängt. An der dritten hing eine E-Gitarre. Eine schwarze Fender. Die vierte Wand war blütenweiß. Dort thronte Raymonds schwarze Anlage, flankiert von riesigen Boxen. Das geilste war das Hochbett. Das Zimmer war fast vier Meter hoch und die Bettkonstruktion war wie eine Galerie in den Raum integriert. Raymond legte auf. Chrissy, Grüße von Zach. Er hat für Donnerstagabend Karten fürs Odeon. Der neue Film mit Johnny Depp. Er lädt uns alle drei ein. Hoffentlich ist bis Donnerstag alles klar. Wie kommt denn Zach dazu, uns einzuladen? Das Odeon ist doch mega teuer, oder? Hab ich ihn auch gefragt. Er jobbt doch bei Harrods im Geschenkeservice. Heute haben sie irgendwas Bombastisches beim Geschäftsführer vom Odeon ausgeliefert und statt Trinkgeld Freikarten geschenkt gekriegt. Krass, oder? Wer ist Zach? fragte Madison. Der Liedsänger unserer Band. Er ist ein bisschen in Chrissy verknallt, petzte Raymond. Zach kennt mich doch kaum. Er hat mich erst einmal gesehen, schnaubte sie. Erzähl mehr, interessiert blickte Madison von Chrissy zu Raymond. Noch gibt's nichts Konkretes, aber Zach ist normal... Oh Mann, vergiss es! Chrissy boxte ihn in die Seite. Okay, okay, ist ja gut. Chrissy, hör auf! Das tut weh! Madison ging zur Fender. Was für Musik macht ihr? fragte sie und strich über die Seiten. Von einem Zach hatte Chrissy ja noch gar nichts erzählt. Mal sehen. Punk! Ich hab ne brandneue CD. Allerdings sind nur zwei Stücke drauf. Ist noch nicht perfekt, aber willst du mal reinhören? Klar will ich das hören. Du spielst Liedgitarre? Ja, und ich singe Background. Die Fender ist krass, oder? Machst du auch Musik? fragte er. Saxophon, aber in keiner Band, nur so für mich. Raymond warf die CD ein, drehte auf volle Lautstärke und schaute Madison erwartungsvoll an. Es klopfte vehement. Charles kam herein und brachte Pizza. Buona notte! Pizza per tre! schwadronierte er lautstark und stellte das Pizzabrett kurzerhand auf den Boden. Rose hatte ihm versprochen, Raymond nicht mehr so zu gängeln. Für Kontrollmaßnahmen war Charles ab jetzt zuständig. Kein angenehmer Job. Er lächelte in die Runde. Raymond, denk an meine hypersensiblen Ohren. Kannst du die Musik ein bisschen leiser machen? Können schon, aber ich will nicht. Raymond stand sichtlich widerstrebend auf und drehte die Lautstärke um ein Viertel Dezibel herunter. Danke, greift zu. Was steht morgen alles an? fragte Charles so beiläufig wie möglich. Die drei blickten sich an. Also das Wetter soll morgen toll sein. Raymond zeigt uns London. Wir bummeln und shoppen. Nachmittags sind wir im Club. Raymond hat Probe. Und wir kommen spätabends hierher. Er fand Chrissy. Gut, Rose und ich sind den ganzen Tag weg. Geht das in Ordnung? Klaro, wir sind zu dritt. Pa, wir sind keine kleinen Kinder mehr. Raymond lächelte seinen Vater giftig an. Ich weiß. Gute Nacht. Und bleibt nicht so lange auf, gab Charles noch eins drauf. Charles, hast du sie noch alle? Es sind Ferien, rief Raymond und suchte ein geeignetes Wurfobjekt. Aber da hat es sich sein Vater bereits davon gemacht. Das war Teil 28 von Scromax London. Wir suchen alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de.